Walle mir mal ab. Machen wir es so. Nice shot. Two more jamming satellites left. Long range communications are operational, sir. Shall I send the distress signal? Jupp, da haben wir wieder was vergessen. So, was war das jetzt? Voller Impuls. Wo war das? Ja. Schalte. So. Captain, the Borg ship sustained damage in our encounter and is likely to be leaking plasma until they have an opportunity to regenerate. We might be able to use that plasma to find them. Tun sie es. Wir müssen sie finden und Captain Target retten. Understood. Fortunately, our sensors are sufficient to the task of following the trace plasma signature. Endlich sind wir im Vorteil. Now enhancing the plasma trail imaging. The recolored visuals should appear on our mapping systems. Machen sie es so. It's pretty far out, sir. We should use the ship's full impulse power to reach it. This will temporarily take power from other systems, but vastly improve our speed. Once we drop out of full impulse, the power will return to other systems. Your ship is outfitted with phaser beam banks. These weapons have a 270 degree firing arc. This is a firing arc for the forward phaser banks. Schönes Tutorial. Sehr schön. This is a firing arc for the rear phaser banks. Note that both the forward and rear phasers have an overlapping arc of fire on the sides of your ship. Firing at enemies within the overlapping portion of your firing arcs is known as broadsiding. This allows both the forward and rear phaser banks to fire on the same target at the same time, increasing your damage output. Federation Captains who prefer beam bank weapons favor the broadside technique and will often circle their target, keeping them within the broadside arc at all times. Ich finde das ein sehr schönes Tutorial. Äh, das ist eine schöne Erklärung. Oh, ihr seid wirklich gut. ... ... Jep Captain, the Borg have adapted, these vessels possess shields. Warning, ship is under attack. Ah, come on. Flores, come on. Yeah, wonderful. Let's go. So. Incoming transmission, sir. It is from Starfleet. Oh. Auf dem Schirmtabell. This is Captain Nog of the USS Chimera. Do you require assistance? Nein! Ist nicht euer Ernst, ey. Sie haben sie wirklich überarbeitet, die Story. Mit Nog. Jawohl, Sir. Wir wurden von den Borg eingegriffen. Geiler Scheiß. Scheiß. Er wurde gefangen genommen und auf das Borgschrift gebracht. Sie haben ihn assimiliert. Yes, Sir. Das bin ich. Well done, Cadet. Looks like your ship is in need of repairs. Set a course for our position. Chimera out. Jawohl, Sir. Jaja. Die USS Chimera. Awesome. Die USS Chimera. Gimera. Eines Borgschriff wird attraktiviert. Oxerkraft, ja. War doch klar. Okay. Jetzt geht's. Okay. Ich hasse diese Hork. Ja, genau. Scheiße, 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 scheiße. Was?! Nein! Was? 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 Ich wurde von dem Borg entführt, Admiral. Wir verfolgen sie. What the fuck is this?! Ehrlich jetzt? Die Voyager mit im Anfangs tutorial. What the fuck? Wir werden erst mal herausfinden, wenn wir ihn retten. Admiral, wir empfangen einen Notruf. Wir haben das Signal verloren, Admiral. Gilt das auch für uns, Admiral? Indeed it does. I'll need all the help I can get with this situation. Consider this a field promotion, Captain. Now then, set a course to the Pollock system. Best possible speed. Voyager and Chimera will rendezvous with you there. Janeway out. Scheiße, also das wird jetzt geil. Richtig geil. Jawohl, und da haben wir Sarah. Äh, ja. Aber bevor wir das machen, rüchten wir erstmal unsere Schiffchen da aus. Weil ich habe keinen Bock hier mit... Ah, vorderer Waffe. Ah, werfen euch weg. Ich kann euch sowieso nicht ausschlachten. Also von daher... Keine taktischen Gerätschaften. Na, das wird ja... Das wird ja lustig. So, hier gibt es nichts zum Looten. Dann... Nice! Das ist ja geil. Hätte ich ja echt nicht gedacht, ey. Wir sind in der Pollock-Systeme, Captain. Ich habe die Chimera-Sensoren. Sie hat heavy damage genommen. Und ist nicht auf unsere Hände. Bring sie uns näher ran. Ich will einen detaillierten Scannen. Sie können... Das könnte eine weitere Falle sein. Ja, das sowieso. Ist das nicht eine Savarener da? Das Schiff... Gut. Gut. Es bleibt noch Zeit, um beide Schiffe und die Überlebenden an Bord zu retten. Something's not right. Where are the Borg-Ships that attack the Kittwer? Captain. I want you to scan those nearby gas-clowns while we assist the crew of the Kittwer. Make sure they're not hiding any unwanted guests. Jawoll. Und auf Turbulenz-Nachgraft machen. Das ist die Savarener-Class. Na dann. Mal hin. Mal hin. Wow. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ey. Was ist so geil passiert. Weder. Wissenschaft. Ich glaube, wir müssen unsere Sensoren-Area kalibrieren. Verstanden. Wir werden die Anpassung vornehmen erstmal. Krass, oder? Dann. Und Skirm, bitte. Und Skirm, bitte. Kaffee hat sich zurückgelegt, Kapitän. Wir holen eine Transwarp-Signatur. Es ist direkt auf uns! Die Borg! Die Borver attacken uns auch. Use full impulse to reach us quickly. Na dann! Ich werde euch jetzt mal ein bisschen... Oh, Gravität! Können wir nur Sonnen? Was ist mit euch denn los? Und... Feuer frei! Commander Davis für neue Instruktionen. MHN geben sie einen Situationsbericht. The Kidmer is being overwhelmed by Borg boarding parties. These Borg are different than the ones in my history records. They seem disconnected somehow. They are strange, but still quite dangerous. Können sie das alleine... Können sie das alleine halten? Wir haben unsere eigene Probleme. Ich bin ein emergency-medical-Hologram. Nicht ein Miracle-Worker. Ohhhh... Mein Taktiker könnte es besser sein. Ich will schön wie laut ihre Befehle. Die Borg hat ein sehr grosses Dämpf zu den Kidmer. Die EMH ist in Ordnung, weil niemand anderes bereit ist, das zu tun. Ich lebe ein paar Proben von der Kidmer im System. Es sieht aus, dass sie hier eine Forschung gemacht haben, bevor sie die Borg attacken. Ich möchte euch, die Daten von diesen Proben zu holen. Mal schauen, ob wir auf den Boden kommen können. Verstanden nicht mal. Ich vertraue meiner Crew, wir schaffen das. Musik So... Sonden-Dadel-Zappeln. Voll zuversicht hier! Musik 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 Da ist voll episch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass das so ist. Full stop. Wie ist der Status der Kittomere? Können wir die Kittomere zur Analyse der Daten verwenden? Es gibt eine 88.47% Chance, dass Sie meine Hilfe brauchen. Können Sie der Voyager helfen, die Daten in diesem System zu analysieren? Ich habe 75 Millionen Gigaquads von Computermemorie und eine extensive Library von Files und Militär-Taktiken und Kommandstrategien. Ich glaube, dass ich ein paar Punkte von Processing-Power für Sie absparen kann. Ja! Mal sehen, was wir feststellen können. Datenübertragung. Schon wieder. Alter! Ich brauche Hilfe! Uh! Also, die nächsten. Feuer frei! Ja! Ich bin fertig. Und hier. Und hier. Und hier. Ich bin fertig. Ich bin auf der Fall. Ich bin fertig. scheiße es war klar dass sie jetzt vernichten ich weiß Das war so klar Redukt Redukt All right, here's how I see it, Captain. The Borg are using the Pollux system as a staging area. Our long-range sensors are picking up inbound transwarp signatures. Based on our analysis, their most likely target is the Vega system. There's a civilian colony there, and if the Borg take it, they'll have a large population to assimilate. How does our next approach look? I want you to go to the Vega colony and warn them about the Borg. Voyager and Chimera are better equipped to hold off the Borg and assist the Kittimer. We'll do what we can, but it'll be up to you to warn the Vega colonists. All right. We have to make our way to Vega as soon as we can, Captain. I just hope we're not too late to warn the colony. Are you ready to go? No. 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 Just kidding. so und da sind wir jetzt schon ich finde auch die die hd jenry haben sie richtig gut getroffen von von dem als person ich bin immer wieder verblüfft was da also aber so richtig gute arbeit geleistet schlecht so dann holen wir uns direkt mal die neuen waffen hat bitte einmal die som dann kriegt man mal deflector ja wohl vertonen torpedor und ein schild im metan so da kann ich wegwerfen die ich wegwerfen was warst du schachschützengewehr kann uns ausschlachten nein na gut dann würde ich mal sagen auf so wie zum weg assistiert tja ich hatte ein anderes schiff gehabt das war die nova ich glaube es war die nova klasse die ich mir ach nee das war nicht in wo war die habe ich danach bekommen die erste warnung tja jetzt hätte ich gerne meinen slipstrip antrieb dann hätte man nämlich noch was das wird nämlich schon auch passen ja auch wenn das ganze gefällt wie gern dürft dann dürfte gerne mit machen denn ich werde irgendwann ich glaube ob flotte 10 level 10 oder 12 zur flotte beitreten wenn ich mich es richtig erinnere schauen wir mal da geht es richtig ab und wir kommen zu spät die boxen auf dem weg in diesem system sie müssen sofort evakuieren war doch klar die boxen auf dem weg major sie müssen evakuieren also kurs auf den sateliten machen wir Bin ich noch mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Sava können wir die Kolonisten mit dem Transport erfassen. Beeilung, ich denke, die Borg werden bald hier. Alles klar. Und Feuer frei, bitte. Okay. Na, wo ist einer der weiteren Daten? So, nochmal eins Wunderbar Dann habe ich da vorne noch Die Schilden haben gebrochen Kapitän, ich habe Schort-Range-Communications Long-Range-Signals sind noch gebrochen Ich kann den Planeten kontaktieren und habe den Administratoren informiert von der Situation However, die Borg haben bereits landet und sind nach der Kolonie Es ist vielleicht mehr prudent, zurück zu den Chimera, Sir Wir werden diese Position halten, wenn sich nach weiteren Borg-Bodenteams ausschauen Borg-Landing-Craft entdeckt Kapitän, es sind Zivilisationen, die sie engagieren Ich glaube, ich kann eine Message zu diesen Schipen Komm schon Und Feuer frei Ja, komm, 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 komm Jawoll Aber bitte mit Schmackes So, dann bitte einmal diese Drohne Wir haben dort eine G-Mail Und dann war ich ein bisschen Wester 3 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 Juhu, endlich eine Booten-Mission. Jawohl. Holen wir doch uns mal ein bisschen Borg-Technologie.